Was ist die Situation in Südostasien? Wenn wir uns Südostasien angucken, ist es auffallend, dass die ärmeren Länder scheinbar sehr viel weniger betroffen sind. Also Laos, Kambodscha, nach offiziellen Zahlen sind sehr wenig betroffen. Das mag mit der geringeren Bevölkerungsdichte zu tun haben. Es mag aber auch schlichtweg damit zu tun haben, dass die Zahlen noch weniger glaubwürdig sind als in anderen Ländern. Am schlimmsten betroffen sind im Augenblick Indonesien und die Philippinen. Je nachdem, ob man jetzt nach Infektionszahlen oder nach Todeszahlen geht, sind das die Länder, die sehr stark zu kämpfen haben. Aber auch Singapur als reiches und hochindustrialisiertes Land ist stark betroffen. Und für mich als Ethnologin ist es natürlich ganz, ganz hart, jetzt angewiesen zu sein auf das, was wir aus der Presse oder aus dem Internet oder aus den allerersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen, also aus Texten ziehen können. Insofern kann ich mir kein gesamtes Bild machen. Das könnte ich natürlich auch nicht, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, dort zu sein. Es wäre aber tiefer und es wäre näher. Dieses Hochgehen der Kurve scheint oder ist in gewisser Weise im Widerspruch zu dem, wie die Leute sich tatsächlich verhalten. Jetzt, wo die Zahlen hochgehen, geht die Aufmerksamkeit und die Vorsicht immer mehr zurück. Der Präsident, Joko Widodo, Joko Widodo genannt, hat das New Normal, sagt man im Englischen, die neue Normalität ausgerufen. Aus wirtschaftlichen Gründen muss der Lockdown zurückgefahren werden, muss die Vorsicht aufgelöst werden. Und die Leute sind einfach darauf angewiesen, auch wieder mobiler zu sein. Und insofern ist zu befürchten, dass die Zahlen weiterhin ansteigen werden. Was jetzt die gegenwärtige Situation betrifft, ist das Problem wie auch in anderen Teilen der Welt natürlich zunächst gewesen, dass gar keine Schutzkleidung da war. Es sind sehr, sehr viele auch Ärzte und Ärztinnen gestorben und was man mir erzählt hat, ist, dass viele Menschen, die in der Pflege tätig sind, ihren Job jetzt an den Nagel gehängt haben. Oder die Eltern sagen, hör auf, dort zu arbeiten, das ist zu gefährlich. Du bist unsere Altersversorgung. Geh lieber wieder zu uns ins Dorf zurück und sei bei uns, wo du sicher bist, als dass du im Krankenhaus oder in einem Gesundheitszentrum dein Leben riskierst für die Covid-19-Patientinnen. Im Sommersemester hatten wir zum Beispiel ein Seminar, an dem die deutschen Studierenden, die Ethnologie-Studierenden, dann kleine Feldforschungsübungen gemacht haben darüber, wie deutsche Jugendliche mit der Pandemie umgehen. Also die Deutschen haben hier in Freiburg und Umgebung geforscht, aber wir haben sie digital, virtuell in Teams zusammengebracht mit indonesischen Ethnologie-Studierenden. Ein schönes Beispiel für die inhaltlichen Ergebnisse, die die Studierenden erzielt haben in diesem Projekt, war zum Beispiel ganz prominent im Bereich der religiösen Bezüge. Für die Mehrzahl der deutschen Studierenden und auch ihrer Forschungsteilnehmenden war die Religion jetzt nicht so zentral in der Reaktion auf die Pandemie. Während das für die indonesischen Studierenden, für die quasi Forschenden selbst, aber auch für ihre Forschungsteilnehmenden ein viel wichtigeres Thema war.